Und damit willkommen zurück bei Blues and Bullets. Oh, oh. Ich glaube, ich weiß, worauf das denn ausführt. Ich habe so ein komisches Gefühl, dass er mal lieber mich meint. Ich habe ein Problem. Ich denke, Delphine ist auf mich, mit einem anderen Mann. Das ist mein Tipp. Oh, ein paar Nachts, wenn ich neben ihr in der Karte, ihre Haare riecht von Pfeifen. Einige, die regelmäßig handelt die Pfeifen, die sie verletzt hat. Hast du eine Idee, wer es könnte? Ich weiß nicht. Das Rookie Dickinson? Oh, komm, Elliot. Es ist eine Sache, dass sie mich verletzt hat, aber nicht sie verletzt hat, für Gott. Was zum, wer war das denn jetzt? Ich weiß nicht, warum sie diese Karte gebaut haben. Wir wissen. Typisch Amerikaner. Sie finden, dass ein paar Krasse von einer gewisse Religion von einem Wacken haben sich verletzt, und sie gebaut ihnen eine Kirche. Ich vertraue gerade keinem von den beiden. Die Kirche untersuchen. Auf meine Weise, ja. Wenn ich nicht, kann ich nicht überleben. Die Kirche untersuchen. 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 Ich kann dich jetzt töten. Furchtlos. Die Kirche untersuchen. Aber du hast nicht. Also bist du ein großartiger oder ein dummer. Ich will nicht. Ich werde dir helfen. Ja? Schau unter deinen Knochen. Was ist das? Für dich? Ein paar Schrauben. Aber für jemanden, der weiß, was er schaut, könnte er für Capone sein. Rückgabefrist. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Sehr lustig, Ness. Du bist der Knochen-Spezialist-Garrison. Du wirst wissen, was zu tun. Identität. Wer bist du? Was ist das? Was interessiert? Ich serve dir Capones' Kopf auf einem goldenen Knochen. Don't ask questions. Just be the mess. Je laugierst du Garrison an die Arbeit, desto mehr ist alles vorbei. Das ist die große Überraschung. Du wirst die Katze lieben. karmine please no why he threat my kids kapone no you're his right-hand man his chief executioner he's lost his mind he suspects everyone and everything he has to be stopped Nein, mich nicht. Für meine Kinder. Du erinnerst du Don Prescott? 33 Jahre auf der Force. Mein erstes Partner. Du hast seine Gesichter in so eine Verbrechung, dass sie ihm eine Maske macht, um seine Familie zu sehen. Capone wollte ihn sterben. Was für Amber Fisher? 15 Jahre alt. Du hältst sie für drei Tage. Sie hat den Suiziden nur kurz vor, bevor wir ihn zu retten. Ich muss dich nicht erzählen, was du mit ihr gemacht hast. Oder, was ich? Ich folgte die Verbrechungen. Nein. Capone solltet ihr zu töten. Du verbrechst. Du liebst es. Du kannst es nicht machen. Elliot. Mach es nicht. Mach einen unverbrechenden Mann, und es wird dir die ganze Leben verbrechst. Ich verdiene ein Verbrechung. Wir sind die Verbrechungen, nicht die Verbrechungen. Jesus, wirst du... Wirst du... Kontrollen deine Angst. Wirst du nicht der Honigste Mann in Santa Esperanza? Was? Wirst du dann mit der Verbrechung? Wirst du zurück in Capone. Wirst du nicht einmal schlubst. Und wenn ich ihn für die Verbrechungen unterteile werde, du werfst gegen ihn. Ja, ja. Dankeschön. Dankeschön, Ness. Dankeschön. Gut gemacht. Ich das Fehler gemacht, nur noch einmal. Und ich mich noch zuerst. Los geht's. Let's go. Congratulations, Carmine. Great performance. My kids. Don't worry. I'm not going to touch them. Thank you. Thank you. I always keep my word. If Capone finds out what you made me do, he'll kill me. That won't happen. You have my word. Thank you. Thank you. Well, I think Capone is going to need a new right-hand man. War das gerade Ivankov? Oder Boccarini? We don't know what to do for me. Come on. Did Carmine get in touch with you? How did you do it? It doesn't matter. Stroke of luck. Now, all we need to do is be careful, see what Garrison can find. Jim, how about Delphine? Shut it. First we finish Capone. Then we talk. Hat er sich gestanden? Muss ich was machen? Ja, ich muss was machen. Oh, dieses Gewitter. Und auch diese düstere Stimmung. Nein, jetzt sind wir nicht zu einem... Es ist gerade zu einem Horrorspiel mutiert, oder was? Oh, Mann. Boah, das ist alleine. Ich weiß nicht mal, wo wir sind, aber es ist sehr ruhig und einsam hier. Oh, Mann. Was soll das jetzt? So, was soll das? Woah. Finde Alice. Alles steht still. Oh Gott, wie geht's jetzt weiter? Wow. Das ist echt gerade im Horrorspiel mutiert. Taschenlampe und wir sind in der Ego Perspektive, man. The wire was tapped. They broke into my house. Why did you get me mixed up in this? Alice! Elliot, this is your fault. Get me out of here. Hang on Alice, I'll find you. So viele Telefone. Da ist sie. Maybe I was too hard on you. Some friends you do help. Like good old Capone. You should have shot it 20 years ago. But instead of that... You're always lateness. A failure. You howl up with him on condition he leaves the country he's helped to corrupt. My father asked you to take care of me. Is this how you respect a dead man's wishes? Very good. You've picked your friends. Elliot, please. Say goodbye to the others. Alice, I... No, Alice! This is a nightmare. Has to be. Huh. Poor guy, huh? They're the one that should be in the body bag. Not them. Either way. Where were you? Oh god. This is a fairy hall. Ah. Where does that happen? Oh god. Dr. Dawkins took you to seven. The fiend. No. Not you. Oh god. No. Not you. No. 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 I'm following Elliot. From the diner. Where do you mix up and... Ah. I see. Was ist das denn da? Da findet irgendwas statt. Dort stehe ich. You are... Fehler. Ah, hier. Das ist mehr als so ein Albtraum, offenbar. Wow. Delphine, nein. Nicht du. Neh, Delphine, ich komme. Was ist... Ey. Und hier brennt es nicht. Woa. Und hier ist bloß auf. Ich bin bloß auf. Ich bin bloß auf. Oh Das ist ein ... scary ist das ja schon Ich glaube, ich werde dir sein, was ich auszusehen Wenn ich nicht noch eine Klammer zu haben, ist das in der Kirche zu Endeffekt? Ich warte, dass du du mit der Wirkung verletzt hast. Ich werde dich zu nehmen. Nur was ich mich verletzt, habe ich? Wie? Ich weiß, dass ich? Das ist das Geheimnis, Idiot. Das ist das Geheimnis, das Ihr Geheimnis. Wir haben die Gefahr, was ich mit dem Bez Sport zu verletzten, Die! 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 Die!